Was geht ab und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir und in diesem Video möchte ich mit euch mal über die Minty Pickaxe sprechen und zwar die Mintz Spitzhacke. Ihr habt sie ja wahrscheinlich schon gesehen, ich habe dazu ein Video gemacht und viele von euch haben sich das Video auch schon angeschaut. Einige von euch wollten das natürlich auch haben, einige haben es auch schon bekommen und ja, ich habe echt oft einige gesagt gerade, aber es gibt einige Dinge, mit denen ich über euch reden muss. Oder über die ich mit euch reden muss, genau so. Ja Leute, ich bin ein bisschen kaputt, ich komme gerade von der Arbeit, aber das interessiert absolut gar keinen, glaube ich. Deswegen würde ich sagen, nachdem ihr ein Abo da gelassen habt, die Glocke aktiviert habt und meinen Creator-Code Meta-8 im Gegenstandshop auf richtige ehrenhafte Basis eingegeben habt, würde ich mal direkt mit dem Video anfangen. Dann würde ich mal sagen, viel Spaß. Ja Leute, ich habe gestern ein Video zu dieser Minty Spitzhacke in Fortnite hochgeladen und ich habe euch gesagt, wie ihr diese Spitzhacke bekommen könnt. Ja, es haben Leute versucht, diese Spitzhacke natürlich zu bekommen, haben mich auch schon auf Instagram angeschrieben. Und so weiter. Es war wirklich sehr, sehr witzig. Ich habe auch schon Leute gesehen, die einen Code bekommen haben. Und für die Leute, die noch nicht so erfolgreich waren, für die habe ich ein bisschen was in diesem Video. Ihr müsst aber wirklich, wirklich, wirklich schnell sein. Denn ich schreibe euch unten in die Videobeschreibung 10 Codes, die ihr sozusagen einlösen könnt. Also versucht euer Glück, nutzt diese Chance aus und seid so schnell wie möglich. Auf Ehrenbasis schreibe ich darunter nochmal einen Link oder packe ich den Link darunter, wo ihr das Ganze eingeben müsst. Seid so schnell wie möglich. Wenn einer schneller ist als ihr, dann ist das leider so. Dann tut es mir wirklich leid. Also, ne, dann müsst ihr damit leben. Äh, ja, wie gesagt, diese Codes sind leider nur einmal gültig. Wenn einer schon eingegeben hat, dann ist es leider schon das gewesen. 10 Stück habe ich, äh, 10 Stück packe ich euch in die Videobeschreibung, damit ihr euch die gönnen könnt. Wäre natürlich trotzdem richtig Ehre, wenn ihr diesem Video trotzdem ein Like geben würdet. Auch wenn es ganz kurz war und auch wenn ihr nicht so viel Glück hattet, trotzdem ein Like geben. Wäre natürlich richtig korrekt. Vielleicht komme ich noch an weitere Codes. Da würde ich sie natürlich wieder irgendwo in der Story auf Instagram, also da auch folgen, Meta8YT. Da würde ich sie dann in der Instagram Story oder einfach im Profil oder so reinposten, damit ihr euch die ganz schnell checken könnt und eingeben könnt, damit ihr diese Spitzhacke ebenfalls bekommen könnt. Also, nutzt diese Chance. Ja, diese Spitzhacke ist zwar noch nicht im Spiel, also man kann den Code zwar schon eingeben, die Spitzhacke ist trotzdem noch nicht in eurem Inventar, denn diese Spitzhacke wurde noch gar nicht freigeschaltet in den Gamefights. Sie wurde trotzdem schon angekündigt, also man kann diese Spitzhacke schon eingeben, den Code. Man kriegt sie aber noch nicht gut geschrieben. Das kommt erst mit der Zeit. Also nutzt es trotzdem schon mal, denn lieber zu früh als zu spät dran sein, das ist so mein Motto. Dann würde ich sagen, war es von diesem Video. Gerne ein Like da lassen, Abo da lassen, Glocke aktivieren und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.